Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Wochen die wunderschöne Lounge von VIP Lounge geliefert bekommen. Es ist eine Sunbrella Lounge. Und was speziell daran ist, sie ist nicht nur super bequem und sieht mega stylisch aus, sondern sie ist absolut wetterfest. Man würde es nicht meinen, es sieht aus wie ein Sofa-Stoff. Und es fühlt sich auch so an, aber es ist wirklich Wetterbeständig. Man kann sie immer draussen lassen, auf dem Balkon, Schnee, Regen. Egal was, sie drücken super schnell. Auch die Küsse sind aus dem gleichen Material. Man kann sie komplett so, wie man sie hier sehen, draussen lassen. Und das finde ich super, weil, ja, auch wenn es jetzt keine Sunbrella Lounge wäre, ich würde sie trotzdem draussen stehen lassen. Und das schadet nämlich nachher der Qualität der Lounge. Aber da ist wirklich top, ich bin mega happy. Und eben wie gesagt, es ist super bequem. Mit einem multifunktionalen Tisch, wo man auch Höhen verstellen kann, zum Essen oder Arbeiten per Jahr. Danke, VIP Lounge, für die sensationellen Produkte, die ihr habt. Und ja, wünsche einen ganz schönen Tag. Und ja, wünsche mir euch doch einmal das, wie du auch hier in der Lupe zu gehen absolut. Und ja, wünsche mir euch auch mal für das, was mir bei mir. Und ja, wünsche mir euch, ich euch noch mal für die eine biote? Vielen Dank.